Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Und ihr seht ja schon, beide Daumen sind oben, dann muss man mich loben. Äh, ne, das kann ich nicht machen. Er muss sich halt unbedingt out of zone impulsen. Unbedingt, sonst hat er halt verloren. Oh mein Gott, das war's. Das war's, Chat. Das kann er nicht gewinnen. 100 HP. Was? Was? Meine Rücke. Was war das denn? Oh, ich land auf einer Snipe. Oh mein Gott, ich werd genoscoped, Mann. Gehetshotted auch noch, Digga. Das ist ein 90er-Hit eigentlich damit. Oh mein Gott. Was da warten? Sieh mal. Ich länge ab. Nein, komm. Ich bin nicht leer. Nein, sag mal. Let's go. Ich kann nicht spawnen Klinger, Klinger Oh mein Gott, holy shit Oh mein Gott Oh mein Gott GG's Baby Oh mein Gott Bruder, Bruder, muss los Bruder, muss los, wir haben sogar sieben Kills Das ist dann ein Filted Back, oder? Warte mal, sind da welche? Nee Geh komm Was mit Metall dort bauen Ey Was, 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 was Oh mein Gott Die wollen mich töten Ich zieh hoch, oder? Ich zieh hoch Ich muss weg, ich muss weg Ich bin noch am Leben, Bro Egal Oh mein Gott Was Er wird Gangbang genommen Was 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 Okay Es sieht schon ein bisschen, also, also, also Oh Oh Komm Warte, und hoch damit, Digga Oh Oh Boah 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 Niko, Alter. Ach, Niko. Ey, was zur Hölle? Ich bin plötzlich im Chappell. Oh mein Gott, mein Auto ist so im Arsch. Leute, bis wir mal in dein Auto sind, dann kommt. Nice. Oh, der kommt. What? Der ist lost. Oh mein Gott, nice. Der hat einen Dritt gejobbt. Der hat einen Loot-Drop gebracht. Was? Einfach Fresse halten. Hami macht das auch immer so. Hami macht den Stream an. So, redet einfach die ganze Zeit nicht. Guckt manchmal dumm in die Kamera, Digga. Und dann, ja, ich bin Hami. Hami. Hallo, Prime Sub. So. Und, wisst ihr, und dann kriegt man seine Subs einfach. Ähm, damit hier alle Leute dran teilnehmen können. Und natürlich auch bei den Turnieren Preisgeld mitnehmen. Okay, 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 okay. Was passiert hier? Ja. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Kann man hier vielleicht auch noch durchschießen? Ja. Kann man auch. Alles klar. Okay, 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 okay. Wir haben Bock. Wir haben Bock. Was kann man noch alles machen? Da ist noch ein Gegner. Vielleicht packe ich ihn in meine Box rein. Und dann ist er einfach in meiner Box drin. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Alles klar. Und dann hitten wir ihn auch mal vielleicht einfach durch die Stair durch. Was machen wir noch? Oh. Offener Gegner, offener Gegner. Was kann er? Was kann er? Ah, ah, ah. 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 Ich krieg's nicht hin. Ich hab's einfach nicht hinbekommen. Es tut mir leid. Egal, er hat trotzdem den Hit mitbekommen. Uff. Ich hab's einfach nicht hinbekommen. Wie clever das war. Oh mein Gott. Ich hab eine Rakete geschossen. Er hat sich eingetörtelt. Und dann hab ich die Wand danach aufgeschossen mit meiner Snipe. Wie gut würdest du sagen, war dein Kill? Sehr. Neun von zehn. Neun von zehn. Kann jemand meinen Kill klippen? Weiter, ne? Ich hab keine Waffe, Jungs. Ah, ich hab auch. Aber ruhig. Ich hab den einen Hit gegeben. Auf meinem Dach ist einer. Einer ist auf meinem Dach, Leute. Ja, der hat einen Hit von mir. Was hast du gemacht? Umgeschrien, hast du gehört? Das ist geil. Hast du ihn zum Glück, oder? Hast du ihn zum Glück, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Get fucked. Get fucked. Get fucked. Holy shit. Nice, good shit. Oh my god, get fucking red, Brody. Schön, schön, schön. Mini hast du? Okay, nice, korrekt. Hier ist ein Scar, wenn du willst. Ich habe eine. Okay.